Hallo und herzlich willkommen zu unserer Mini-Meditation. Diese Woche geht es um das Thema Perfektionismus. Und es geht darum, einfach mal den Perfektionismus ein bisschen abzustellen. Und dabei nehmen wir uns verschiedene Affirmationen zu Hilfe. Also jeden Tag eine Affirmation. Wir meditieren fünf Minuten in der Stille und beobachten, was diese Affirmation mit uns macht. Und für heute habe ich eine Affirmation, die heißt, Moment, schaue ich gleich nach. Die heißt, ich bin ein wertvoller Mensch, egal wie viel ich leiste. Also, ich bin ein wertvoller Mensch, egal wie viel ich leiste. Wenn du dich ausprobieren möchtest und bei der Meditation teilnehmen möchtest, dann lade ich dich ein, dich jetzt aufrecht hinzusetzen. Die Schultern gehen locker nach hinten und nach unten und dann schließe deine Augen. Atme entspannt ein und aus. Komm bei dir an. Und wenn du soweit bist, dann sage ich dir jetzt nochmal die Affirmation. Ich bin ein wertvoller Mensch, egal wie viel ich leiste. Beginne. Garh up. Ich bin ein. Dann scheinen. Ich bin ein. Ich bin ein. Vielen Dank. 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 Gut, dann komm langsam aus der Meditation heraus. Es öffnet deine Augen. Wenn du möchtest, bewege dich ein bisschen und spüre kurz nach. Welche Gedanken sind dir gekommen, konntest du den Satz so für dich annehmen? Oder hat sich da irgendetwas? Oder hat sich da irgendetwas aufgelehnt oder ein Widerspruch entstanden ist? Ja, wenn du irgendwelche Fragen hast oder irgendein Kommentar hinterlassen möchtest, dann kannst du das gerne machen. Und ansonsten wünsche ich dir einen sehr entspannten Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja.